Aber ich muss Ihnen sagen, das gebe ich heute zum ersten Mal bekannt, also ich trete aus der CDU aus, ganz klar, jetzt nachdem sich ein Herr Merz oder ein Herr Merze, das ist ja besser beschrieben, der die Tradition von Frau Merkel fortsetzt, dazu bekannt hat, also Koalition lieber mit den Grünen einzugehen, als mit einer echten Oppositionspartei wie der AfD. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Wertunion, liebe Mitglieder, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein heutiger Gast war DDR-Oppositionelle. Sie war Gründungsmitglied der SPD in der DDR, saß dann von 1990 bis 1994 für die SPD im Deutschen Bundestag und wechselte dann zur CDU. Ich begrüße heute ganz herzlich Frau Angelika Babe. Hallo Frau Babe. Hallo Herr Reinhardt, ich grüße Sie ganz herzlich zurück. Frau Babe, ich möchte Ihnen als erstes eines meiner dunkelsten Geheimnisse erzählen. Und zwar war ich 1984 im Alter von 16 Jahren sechs Monate Mitglied bei der Jungen Union. Ich bin sehr schnell wieder ausgetreten nach sechs Monaten und ich möchte Sie fragen, warum sind Sie denn eigentlich noch in der CDU? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich muss einfach nochmal auf meinen biografischen Hintergrund zurückgehen. Ich habe ja die SPD in der DDR unter großer Angst vor dem Regime mitgegründet, um eine Alternative zu haben. Wir haben damit ja der SED die Machtfrage gestellt. Und dann erlebte ich, als es dann schon in der deutschen Einheit erlebte ich, dass die SPD West, die ja uns dann total majorisiert hatte, und die ganze U-Bote von der SED, die dann in der SPD Ost waren, dann erlebte ich, dass es dann wieder eine Zusammenarbeit mit der Mauer-Mörder-Partei, die sich damals noch PDS nannte, gab und die SPD sich denen hinzuwandte. Und da gab es ja auch diesen ganz interessanten Artikel von Eppler, der gesagt hatte, also erstmal politische Mehrheiten, linke Mehrheiten und dann linke Regierung. Das war also das Ziel, das die SPD damals schon vertrat und dass ich, solange ich in der SPD war, bis 96, also von 89 bis 96, dann abgelehnt habe und dann ausgetreten bin. Und ich bin ausgetreten, weil ich mich an Norberto Bobbio orientiert hatte. Norberto Bobbio ist ja ein italienischer Philosoph und der hat beschrieben, worum geht es eigentlich beim Zustandekommen von Mehrheiten. Und er hat gesagt, es gibt in Demokratien immer die Möglichkeit, durch unterschiedliche Mehrheiten mal eine linke, mal eine rechte Regierung zu wählen und dann eine Regierung zu haben, die man zeitweise hat, bis zur nächsten Wahl. Aber es gibt eine Grenze und das ist die Grenze zu den Antidemokraten. Und für mich waren und sind die SED und jetzt also SED, PDS, egal wie sie sich nennen, diese SED-Vertreter nach wie vor Antidemokraten, die ich nicht wählen kann. Und inzwischen hat sich ja durch meine Erfahrung herausgestellt, auch die Grünen und auch die SPD, die sich dahin entwickelt hat. Das ist ganz schlimm. Für mich war damals aber die CDU ein Garant für den Bestand der Demokratie, die ich ja wollte. Wir wollten in der DDR. Rechtsstaat, das war uns ganz wichtig. Einigkeit und Recht und Freiheit, das waren die ganz wichtigen Begriffe, die wir vertreten haben. Und ich als politischer Mensch habe gehofft, dann in der CDU die Reihen zu stärken, die sich für diese Werte einsetzen und die niemals mit linken Kommunisten, mit totalitären Parteien Kompromisse und Koalitionen eingehen würden. Aber ich muss Ihnen sagen, das gebe ich heute zum ersten Mal bekannt, also ich trete aus der CDU aus, ganz klar, jetzt nachdem sich ein Herr Merz oder ein Herr Merze, das ist ja besser beschrieben, der die Tradition von Frau Merkel fortsetzt, dazu bekannt hat, also Koalitionen lieber mit den Grünen einzugehen, als mit einer echten Oppositionspartei wie der AfD. Das ist für mich nicht mehr tragbar. Und ich warte nur darauf, dass die Werteunion gegründet wird als Partei, um dann die Werte der CDU, die konservativen Werte weiter vertreten zu können. Und Sie möchten dann auch Mitglied der Werteunion-Partei werden? Ich bin seit einem Jahr Mitglied der Werteunion, des Vereins. Aber ich möchte dann, ohne irgendein Amt oder Mandat anzustreben, das ist nicht mein Interesse, aber um die Werteunion zu unterstützen. Für mich hat das mehrere Gründe. Einmal ist es die unglaublich integre Person von Hans-Georg Maaßen. Das schätze ich über alle Maaßen. Ich war damals, als die sogenannten Hetzkampagnen stattgefunden haben, war ich täglich an den Meldungen dran und hatte an dem Montag, das war im August 2018, am Montag das Interview gehört mit dem Chefredakteur der Chemnitzer Nachrichten. Und er sagte, nein, also bei uns gab es nichts Auffälliges, es gab keine Jagden, es gab keine Gewalt, gar nichts. Und Hetzjagden gab es erst recht nicht. Das hatte ich gehört, habe daraufhin gleich auch einen Artikel geschrieben, der dann bei David Berger, also Perennis, Philosophia Perennis erschienen ist und habe geschrieben, es gab keine Hetzjagden. Und musste dann zu meinem Entsetzen feststellen, dass Frau Merkel das immerzu wiederholte, aber auch zu meiner Freude, Hans-Georg Maaßen, damals noch Verfassungsschutzpräsident, auch bestätigte, nein, nach unseren Informationen liegen hier keine Hetzjagden vor. Diese Lüge der Hetzjagden, diese Diffamierung der Ostdeutschen als rechtsextreme Kriminelle, das fand ich so erschreckend und so bösartig, dass ich also nur meinen Hut gezogen habe vor Hans-Georg Maaßen, der ganz integer gesagt hat, nein, ich stehe dazu, nach unseren Informationen, die wir auch aus dem sächsischen Verfassungsschutz haben, die wir vom Bundeskriminalamt haben, bleibe ich dabei, es gab keine Hetzjagden und der ja wegen seines Bestehens auf der Wahrheit zurücktreten musste. Und das schätze ich. Für mich inzwischen sowieso so, dass für mich nur noch Parteien in Frage kommen oder Verbände, die von integrieren Persönlichkeiten also auch geführt werden. Das halte ich inzwischen für eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Warum treten Sie nicht in die AfD ein oder warum sind Sie noch nicht in die AfD eingetreten? Weil mein Mann schon drin ist und ich keine Branden mauern will. Das ist sozusagen mein Bekenntnis gegen Brandmauern. Das halte ich für ganz wichtig. AfD wäre genauso sinnvoll, ich wollte eigentlich in gar keine Parteien mehr eintreten, weil Parteien, das habe ich genauso erlebt wie Sie, in Parteien vielfach erst gar nicht um das Gemeinwohlinteresse geht, sondern um irgendwelche narzisstischen Interessen einzelner Partei. Und das hat mich auch immer schon abgeschreckt. Also ich wollte in keine Partei mehr eintreten. Jetzt möchte ich aber aus ganz starken politischen Motiven die Werteunion stützen. Weil es kann nicht sein, dass wir, wenn die CDU, die jetzige CDU, also die ja den Weg meiner Ansicht nach der Christianer Demokratie in Italien geht und von der Bildfläche verschwinden wird, man kann diesen Weg nicht mitgehen, den Merz hier vorschlägt, weil er mit den Grünen und mit den Kommunisten und mit den Neokommunisten einen weiter so betreiben will. Und das führt unser Land weiter in Abgrund. Während die Werteunion, ja die alten konservativen Werte, deshalb ja Werteunion, der CDU vertritt, die vertrete ich nach wie vor und damit auch den Menschen in der CDU eine Heimat gibt, die das Konzept von Merz nicht mittragen werden. Kann man da von Blockparteien sprechen, die Situation, die wir jetzt haben in Deutschland? Ja, man kann eindeutig von der Nationalen Front sprechen. Ist ja egal, wen sie wählen. Ob sie jetzt CDU wählen oder SPD oder Grüne oder FDP oder SED, es ist alles dasselbe. Das ist die Nationale Front, die wir in der DDR hatten, die angeblich also die Interessen des werktägigen Volkes vertreten würden. Und eine Nationale Front hatten wir in der DDR schon, die will ich nicht schon wieder haben. Aber die haben wir im Augenblick wieder hier in Westdeutschland, was ich nie hätte für möglich gehalten. Und ich trauere den tollen freien Jahren zwischen 1990 bis 2015 etwa bis zur Merkel-Übernahme der CDU nach, weil dort ich noch an Rechtsstaat und Einigkeit und Freiheit erlebt habe. Aber allerdings auch schon eingeschränkt. Das muss ich zugeben, ich habe inzwischen viel gelernt. Auch habe ich mir mal das Buch von Sheldon Morlin vorgenommen. Der spricht vom umgekehrten Totalitarismus. Sheldon Morlin hat beobachtet die Entwicklung in Amerika und hat festgestellt, und man kann das ja fast auf Deutschland übertragen, hat festgestellt, dass die Institutionen und die festgefügten demokratischen Institutionen ausgehöhlt werden. Und das erlebe ich auch, dass sie nur noch Böhlen sind, dass von Demokratie zwar geschwafelt wird, aber nichts mehr übrig geblieben ist, dass vom Rechtsstaat geschwafelt wird, aber der Rechtsstaat eine massive Erosion erlitten hat, so wie es auch Professor Papier berichtet hat. Und wenn wir uns angucken, man hat uns Grundrechte in der Corona-Zeit zugeteilt. Also Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit gab es nicht. Dann wurde man gleich diffamiert oder auch zugeführt, wie es mir ergangen ist, obwohl ich nur mein Grundgesetz in der Hand trug. Es werden uns also, wie gesagt, Grundrechte zugeteilt. Es wird die Unabhängigkeit der Gerichte, findet nicht mehr statt. Das heißt, Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Und es wird nur noch agiert, wenn es also gar nicht mehr anders geht. Das hat ja neulich auch Herr Kruppaller bei Lanz deutlich gemacht. Er hat gesagt, ja, wieso hat die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt? Ich bin auch angegriffen worden. Und dann hat die Staatsanwaltschaft einfach behauptet, ja, es wäre ja alles gar nicht so schlimm. Und sie mussten dann nachträglich doch nochmal die Ermittlungen aufnehmen zu dem Fall, weil ja die Ärzte nachgewiesen hatten, dass es Einstiche gegeben hatte. Und dass da eine Staatsanwaltschaft untätig ist, ist für mich undenkbar, weil ich bin Schöfin und kann es überhaupt nicht verstehen, dass der Rechtsstaat so versagt. Es sind etliche Dinge, die also ausgehöhlt sind, die nicht mehr stattfinden, so wie das Sheldon Wollin beschrieben hat, mit dem umgekehrten Totalitarismus und sagt, es ist ganz schleichend. Es findet schleichend eine Aushöhlung statt und das ist gefährlich. Und so sehe ich das auch bei den Parteien. Also wenn sich ein Herr Merz hinstellt und auf einmal mit den Kommunisten, mit den im Grunde genommen mit den grünen Neokommunisten, da Allianzen eingehen will, dann ist das für mich ein Bruch und da muss ich austreten und das tue ich hiermit und kann dann nur die stärken, die wirklich noch auf dem Boden des Grundgesetzes, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Ja, man darf sich gar nicht ausmalen. Sie hatten gerade das Beispiel von Tino Chrupalla genannt, der mit einer Nadel angegriffen wurde. Wenn das einem Robert Habeck passiert wäre oder einer Annalena Baerbock, da hat man ja schon bei dieser fairen Geschichte ein Riesending draus gemacht und diese Geschichte unglaublich aufgeblasen. Nur, ja, es kommt halt immer darauf an, wer angegriffen wird und wer halt nicht. Das ist Klassenjustiz. Und das geht nicht mehr. Das haben wir in der DDR erlebt. Da wurden Parteigenossen, die kriminell geworden sind, wurden geschont. Da gab es keine öffentlichen Verfahren. Und der Normalbürger und möglichst wurde dann noch irgendeinem Normalbürger eine Schuld in die Schuhe gegeben. Das gab es bei einem Brückeneinsturz. Dort wurden dann ein paar untergeordnete Ingenieure vor Gericht gestellt, bis dann nachgewiesen werden konnte durch einen wirklich fähigen anderen Gutachter, dass die Normen zur Errichtung dieser Brücke, also diese Normen, durften in der DDR gar nicht veröffentlicht werden. Man hatte diese TGL, hatte andere Normen, also keine DIN-Normen, sondern TGL-Normen. Und durch das Vorenthalten von Wissen konnten die Ingenieure gar nicht anders handeln. Aber man musste natürlich irgendwelche untergeordneten Chargen finden, die dann angeblich schuldig waren, obwohl es eigentlich die hohen Genossen waren, die aus biopolitischen Gründen gehandelt hatten. Und so ähnlich stellt sich mir das heute hier dar. Ja, gegen die Opposition wird mittlerweile hart vorgegangen. Arkiv Perensche ist gerade zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Hans-Georg Maaßen wird vom Verfassungsschutz von seiner ehemaligen Behörde, ja wie soll man das nennen, man kann das fast schon verfolgt nennen, denn alles was er tut, wird in irgendeiner Weise aufgezeichnet. Alles was er öffentlich äußert, alles was er im Internet auf seiner X-Plattform von sich gibt, wird gespeichert. Und da gibt es dann die ganzen Fälle der Ärzte, die im Knast sitzen, die verhaftet wurden. Ja, und dann haben wir die Potsdamer Konferenz oder das Potsdamer Treffen, das zu diesen großen Demonstrationen geführt hat. Sie haben mir im Vorgespräch kurz erzählt, dass Sie das Video gesehen haben, wo ich am letzten Sonntag die Menschen interviewt habe. Ja. Was glauben Sie, kann Deutschland noch die Wende schaffen, kann die Opposition noch die Wende schaffen, oder ist es nicht mehr möglich, weil die Regierung tatsächlich alles so in den Händen hat, vor allen Dingen die Medien, dass quasi keine Chance mehr besteht, da in irgendeiner Form eine neue politische Richtung einzuschlagen. Dazu möchte ich noch kurz ausholen, um zur Beantwortung Ihrer Frage zu kommen. Hans-Georg Maaßen hat ja auch deutlich gemacht, das wusste ich auch gar nicht vorher, dass der Verfassungsschutz niemals Einzelpersonen beobachten durfte. Das ist erst unter Merkel geändert worden. Also er entwickelt sich zu einem Geheimdienst, wie wir das aus der Stasi kennen, dass Einzelpersonen massiv unter Druck gesetzt werden, beobachtet werden, bespitzelt werden, kann ich nur sagen, mit dem Erfahrungsschatz aus der DDR. Das war früher nur der Polizei möglich, Einzelpersonen zu beobachten und dann auch nur, wenn es eine ganz starke Gefahr war. Da sieht man auch wieder die Aushöhlung der Institutionen und des Rechtswesens. Und der Verfassungsschutz war immer nur dafür da, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und diesen Schutz dann so umzupolen, dass schon eine sogenannte Delegitimierung des Staates oder eine kritische Betrachtung der Regierungsmitglieder zu einer Bedrohung für die Regierung führt, das halte ich für infam. Und kann nur sagen, also die meistgehasste Ministerin wird, wenn sie so weitermacht, Frau Faeser sein, so wie es Hamilke in der DDR war. Anders kann ich das nicht einschätzen. Jetzt fragten sie danach, muss man sich da jetzt hoffnungslos zurücklehnen und passiv werden? Und da kann ich nur widersprechen und sagen, auf gar keinen Fall. Sehen Sie, bei den Medien ist klar, das sind im Grunde genommen Staatssender. So sehe ich das, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Staatssender wird ja auch mit von der Regierung finanziert und in den Rundfunkräten und sitzen also die ganzen Minister drin. Also wenn ich denke, Rheinland-Pfalz, hier Malu Dreyer ist Vorsitzender des Rundfunkrats und so weiter. Also die beherrschen, die Politik beherrscht praktisch die Medien und denkt gar nicht daran, hier wirklich demokratisch zu berichten. Aber an der Stelle, wir haben ja die alternativen Medien. Insofern ist das Internet ein ganz großes Geschenk an uns Bürger. Wir können uns frei informieren, so wie jetzt bei Ihnen, so wie Sie. Sie gehen auf die Straße, Sie interviewen die Leute, Sie bringen das. Und man kann sich selber ein Bild machen. Und das ist ja das Wichtige in der Demokratie. Man hat eine hohe Schuld als Bürger, die hohe Schuld, sich selber zu informieren. Und das kann man machen. Und jetzt gibt es, und das ist ja auch wieder das, da gibt es den schönen Satz von Hölderlin, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und wer jetzt in der CDU sich unwohl fühlt, wer als Parteimitglied hier sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt, so wie ich das tue, seit noch vor DDR-Zeiten, seit DDR-Zeiten schon. Wer das machen möchte, der kann es jetzt tun, wenn die Werteunion sich zur Partei umorganisiert. Also das heißt, es stimmt nicht, die Werteunion als Verein wird bleiben, aber es wird eine zusätzliche Partei geben, die Werteunionspartei. Man kann dann dort eintreten und kann dann praktisch dem Herrn Merzel die rote Karte zeigen. Das ist eine Möglichkeit. Und natürlich gibt es keinen Umschwung sofort. Aber bei den Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und Brandenburg kann eine Werteunion-Partei doch schon mit gewissen Stimmanteilen eine Politik, eine sogenannte wie bisher Politik verhindern. Das ist meine große Hoffnung. Dazu ist es aber nötig, dass sich viele informieren, dass sie diesen Weg gehen und sagen, entweder AfD oder Werteunion, was anderes kommt für mich nicht mehr infrage. Und wie gesagt, in unserer Familie haben wir ja schon diese Koalition ohne Brandmauer. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich mir so vorstelle. Ja, danke schön dafür. Wie bewerten Sie die Menschen? 70 Prozent der Deutschen, wenn nicht mehr, sind unzufrieden mit der Regierungsarbeit. Glauben Sie, dass die Menschen immer mehr aufwachen? Oder sind da zu viele, die sich immer noch im Mainstream informieren und tatsächlich nicht aufwachen? Ihr Interview hat ja gezeigt, dass es natürlich etliche gibt, die den Mainstream hören. Sie hatten ja auch gefragt, die eine Dame, wo haben Sie diese Informationen her? Und die hatte gesagt, na ja, hier beim Fernsehen, beim täglichen Nachrichten. Ja, sie hatte gesagt, was hat sie gesagt, bei den Volksnachrichten. Ja, 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 und so was. Na klar kriegt man da das Lachen, aber ist egal. Ich denke an die ersten freien Volkskammerwahlen in der DDR zurück. Dort haben ja auch 16 Prozent die alte Verbrecher- und Mörderpartei SED gewählt, die ja damals noch existierte unter dem Namen SED-PDS. Aber 84 Prozent haben eben andere Parteien, neue Parteien gewählt. Das ist der Unterschied. Es gibt immer einen großen Prozentsatz von Mitläufern. Es gibt einen Prozentsatz von Profiteuren. Es gibt einen großen Prozentsatz von Staatsbeamten, die ja von der Regierung leben. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing, das trifft ja immer wieder zu. Und diese Beamten brauchen ja ihre Heimat. Und die wollen natürlich nicht, dass die Hand, die sie füttert, dann auf einmal verdorrt. Und damit muss man immer rechnen. Dann haben wir die große Asylindustrie, die davon lebt, dass wir hier unrechtmäßig eine riesengroße Gruppe von Menschen aufnehmen, die überhaupt keine Berechtigung haben, im Land zu leben. Ich meine, ich selber, also wenn ich daran denke, ich könnte verzweifeln. Ich habe selber 92 dem Asylkompromiss zugestimmt. Das heißt, der Änderung des Artikels 16, wo eine Drittstaatenregelung beschlossen wurde. Wir haben das ganz bewusst parteiübergreifend beschlossen. Und jetzt hebeln das die Regierungsparteien alles aus, was rechtsstaatlich geboten ist. Sie verstoßen gegen Verfassung, gegen Recht. Und das machen sie mit einer Chuzpe, die schon unglaublich ist. Und da muss ich als Bürger sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Dagegen stehe ich auf. Und ich freue mich einfach über jeden Mitstreiter, der das genauso sieht. Was hat denn damals in der DDR zum Kipppunkt geführt? Oder es gibt ja auch Stimmen, da möchte ich auch gerne mal drüber sprechen. Es gibt Stimmen, die sagen, das Ganze war sowieso geplant. Die großen Demos wurden ja zugelassen. Und es war von vornherein klar und geplant, dass die Wiedervereinigung kommt. Und dass das mit den Demos gar nicht viel zu tun hatte. Ja, sehen Sie das auch so? Und dann gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen nicht, die BRD hat die DDR übernommen, sondern die BRD wurde quasi der DDR angegliedert. Ja, wie sehen Sie das? Ich sehe es ein bisschen anders. Es ist schon so, dass sich viele, die heute sich die Augen reiben, sagen, Mensch, das hatten wir alle schon mal in der DDR. Aber allerdings anders. Es ist schon anders. Man muss genauer schauen. Während wir früher einen kommunistischen Totalitarismus haben, wo also die Regierung alles beherrscht hat, die Wirtschaft, die Institutionen, die Kirchen, die Gewerkschaften, das waren alles auch Regierungsgründungen, ist es heute anders. Dort entscheiden jetzt große Wirtschaftsunternehmen wie Big Finance, Big Pharma, Militärapparate, wie die hier Waffenproduzenten, entscheiden. Oder haben sich die Regierung, ich will nicht sagen gekauft, aber mir fällt im Augenblick nichts anderes ein, haben sich die Regierung Untertan gemacht. beziehungsweise haben sich die Leute eingesetzt, die sie brauchen, um ihre Politik durchzusetzen. Und wenn man sich anguckt, wer alles bei Herrn Schwab in die Schule gegangen ist, Annalena Baerbock und Lindner und wie sie alle heißen, dann verdichtet sich dieser Verdacht, dass es so läuft. Aber es gab doch in den ersten Jahren, also wirklich, wir haben das Glück gehabt, auch ein demokratisches Deutschland zu erleben, mit Rechtsstaat und allem, was dazu gehört. Dass sich das jetzt so verändert hat, ist der Tatsache zu verdanken, dass sich zu viele Leute einfach wohlgefühlt haben, aber nichts für den Demokratieerhalt getan haben. Es reicht ja nicht, Parteimitglied zu sein, da muss man auch dafür sorgen, dass bestimmte Dinge auch umgesetzt werden. Und es genügt auch nicht, den großen Leuten nachzujagen und ihnen dann Beifall zu klatschen. Ich meine, solche Parteiveranstaltungen wie unter Merkel, wo tausend Delegierte dann einfach nur Beifall klatschten, das gab es in der DDR auch. Das war ja verheerend, dass Funktionäre in der CDU sich so angepasst haben und ihre Kritik, die sie damals sicherlich auch schon hatten, nicht gewagt haben zu veröffentlichen, weil sie an ihrem Posten hingen, an ihrem schönen Sitz als Verbandschef oder als Chef einer Institution. Ja, unterm Geld, Frau Barbe, unterm Geld natürlich. Ja, natürlich, es ging nur ums Geld. Und das muss man begreifen, dass es so nicht weitergeht, es muss um Werte gehen. Also, wie gesagt, die DDR, noch mal zur Frage zurück, die DDR war auch pleite. Sie war absolut pleite, sie konnten nicht weitermachen. Damals ist ja in einer der ersten Sitzungen, als Egon Krenz Honecker abgesetzt hatte und einer Regierung war, hat er einen Bericht hören wollen, wie es um die Wirtschaft wirklich besteht ist. Und das war der sogenannte Schürer-Bericht. Gerhard Schürer war bei Mittag im Wirtschaftsministerium und der hatte dann eine kritische Analyse vorgelegt und da steht drin, die DDR ist pleite und ohne die Milliarden des Westens können sie nicht überleben. Und sie haben damals schon auch geschrieben, das war im Oktober 89 und hat geschrieben, wir werden die Sozialleistungen um 30 Prozent senken müssen, sofort. Und das zu der Zeit, als Massen von Menschen über die Botschaften, die tschechische und die polnische Botschaft, in den Westen geflohen sind und überhaupt nicht mehr da bleiben wollten und es massenhaft Ausreiseanträge gab. Also die DDR löste sich auf. Und man muss auch wissen, dieser Massenexodus, der setzte sich bis zur Einführung der D-Mark fort. Wenn immer gesagt wird, ja, aber dann hätte man doch das ändern können. Nein, die Leute wollten nicht mehr da bleiben. Sie flohen aus der DDR, sie trauten auch dem neuen Regime, praktisch nach der Volkskammerwahl, nicht so richtig, weil sie nicht wussten, wann kommen die Kommunisten wieder an die Macht. Die hatten also Angst vor denen und wollten denen entfliehen. Das muss man wissen, wenn immer wieder gesagt wird, ja, hätte der auch sonst was machen können. Und hinzu kam ja noch eine Sache, die ist auch völlig unbekannt, das RGW, das sogenannte Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, da waren alle kommunistischen Länder drin vereinigt. Dieser Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der änderte ab 01.01.1990 sein Bezahlsystem. Das heißt, die Leute, es wurde nicht mehr ein Tauschsystem organisiert, also die Oman schickten uns, glaube ich, Icarus-Busse und wir schickten an die Russen unser Uran und so weiter. Also dieses Tauschsystem funktionierte nicht mehr, sondern ab 01.01.1990 mussten alle sozialistischen Staaten dann auf dem Weltmarkt für teure Valuta Dinge einkaufen bzw. verkaufen. Und wenn ein System pleite ist wie unseres und wenn die Produktionskosten zu hoch sind, dann können sie eben ihre Produkte nicht mehr wettbewerbsfähig machen. Das ist einmal der Sinn. Sie waren einfach nicht wettbewerbsfähig und hatten auf dem Weltmarkt keine Chancen mehr. Und so sind auch etliche Exportbetriebe damals pleite gegangen. Und das wurde dann der Treuhand unterstellt und sonst. Nein, das hatte einfach damit zu tun, dass das Wirtschaftssystem zusammengebrochen ist. So ist das Ganze gelaufen. Es war ein wirtschaftlicher Totalzusammenbruch, der aber durch den Westen aufgenommen wurde. Das heißt, wir hatten Glück, dass wir einen westlichen Partner hatten, der Westdeutschland, die uns sozusagen aufgenommen hatten. Dass das politisch anders gelaufen ist als jetzt wirtschaftlich, das ist eine Frage der politischen, wie soll ich es beschreiben, der politischen Anpassung. Anstatt sich dann für demokratische Werte einzusetzen, haben sich dann die politischen Parteien des Westens auf alles raufgesetzt und haben nicht mehr deutsche Interessen vertreten, sondern sind immer mehr, das ist aber natürlich ein Prozess gewesen, bis heute hin sind immer mehr unterwandert worden von den globalen Unternehmen auch des Amerikas. Und das beschreibt eben sehr gut der Sheridan Wallin, von dem ich anfangs berichtet habe. Sheridan Wallin hat ja diese Aushöhlung von demokratischen Institutionen in Amerika beschrieben. Er hat es dort erlebt, er hat es beschrieben und hat eben auch gewarnt davor, dass sich also solche Riesenkonzerne eben weltweit ausdehnen würden. Und sein Buch ist 2009 erschienen, dass sie sich ausdehnen würden und denen das Recht und die Gesetze nichts wert seien. Es geht ihnen nur darum, sozusagen die Regierungen dann zu beherrschen. Und diesen Prozess haben wir heute. Also es ist anders, als behauptet wird. Es ist leider sehr schwierig geworden, auch für die Bürger. Aber wir haben eben die Möglichkeit, uns durch demokratisches Engagement dagegen zu wehren. Es ist sehr schwer, es ist nicht einfach. Das gebe ich gerne zu. Aber wenn keiner diese vorgeschriebenen blöden Wärmepumpen kauft, dann wird auch das Großunternehmen, das die Wärmepumpen herstellt, eben auch pleite gehen. Das ist die Chance, die wir haben. Oder wenn wir hier jetzt, wenn unbedingt, wenn alle Verbrennerautos verboten werden sollen. Ja, inzwischen steuern die Unternehmen um. Das Elektroauto ist nicht mehr auf Platz eins, sondern sie steuern alle um. Und dasjenige Autounternehmen, das wieder zuerst am Markt ist mit Verbrennern, wird auch in den größten Gewinn einfahren. So einfach ist das. Wenn die Konsumenten aufwachen und demokratisch nachdenken und demokratisch handeln. Ja, das ist eigentlich schade, dass das Volk sich gar nicht bewusst darüber ist, welche Macht es hat. Man muss sich nur mal vorstellen, es würden 10 Millionen von heute auf morgen keine GEZ mehr bezahlen, keine Rundfunkgebühren, dann wäre das System schon am Ende. Naja, wir bezahlen schon seit Jahren das nicht mehr, beziehungsweise haben dann eine andere Form gefunden, haben dann die Obstruktionsmethode angewandt, mal 3 Euro bezahlt, mal gar nichts, mal wieder 15 Euro und immer wieder das System, praktisch dieses Betrugssystem, als anderes halte ich das nicht, dieses GEZ-System, haben das sozusagen unterlaufen. Und das machen schon Millionen. So ist es nicht. Die sind nicht mehr in der Lage, also diese ganzen Protestaktionen der Bürger an der Stelle zu verhindern. Sie können es nicht mehr aufgreifen. Es ist ja auch keine demokratische Institution. Es ist einfach ein Vorschaltorgan, sozusagen ein Zwangseintreibsystem. Mehr kann man das als anders, kann man das gar nicht bezeichnen. Und wenn man bedenkt, dass die ganzen alternativen Medien alle nicht bezahlt werden, beziehungsweise auf Spenden angewiesen sind und trotzdem hervorragend funktionieren, dann weiß man erst, wie unnötig dieses 8-Milliarden-Super-Imperium dort ist, das uns also täglich mit Lügen beschaltet. Und ich sage ganz deutlich Lügen, denn das, was korruptiv, oder korruptiv muss man ja sagen, zu dem Organ, was korruptiv da geleistet hat, war eine einzige Lügenpropaganda und die jetzt dazu benutzt wird, die Regierung zu unterstützen mit ihrer Lügenpropaganda. Alles, was die rausgebracht haben, hat sich als Lüge erwiesen. Ich habe selber diese Pressekonferenz, diese Quatsch, den Presseclub gesehen, als ein Bürger nachfragte, war eine Teilnehmerin, stellvertretende Vorsitzende dort, Dovideit, hier heißt sie wohl, da die also gelogen hat. Er sagte, na, sie sind doch, aber sie werden doch von der Regierung bezahlt. Da lügt sie ganz frech in die Kamera. Nein, sie würden also kein, also sie würden nur von Sponsoren bezahlt werden. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz aus 1942, wo die massenhafte Tötung von Juden beschlossen wurde, gestellt wurde. Aber wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Genau, genau, genau. Genau, da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Und das hat dann wieder gleich zu so einer Gegenreaktion geführt, wo dann irgendwie so ankommt, na, das ist doch völlig übertrieben und wieder moralisch. Die Frage bezog sich ja jetzt auf uns. Ich muss noch ganz kurz sagen, Herr Mayer, falls Sie noch zuhören, Korrektiv ist nicht von der Regierung bezahlt. Unsere Recherchen sind nicht von der Regierung bezahlt, sondern von Stiftungen und Dauerspendern. Und ich weiß, dass die AfD die ganze Zeit versucht, von ihrem Thema wegzulenken und zu sagen, wir machen jetzt mal Korrektiv zum Thema. Das ist falsch. Und ich hoffe, das kommt bei Ihnen an. Diese Lüge ist ja nun Gott sei Dank aufgeflogen. Und Ihre Nachrichten haben sich auch als Lügen herausgestellt. Also ehrlich gesagt, was Besseres oder was Schlimmeres kann Ihnen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht mehr widerfahren. Also wenn Sie so offen lügen, kann man Sie wirklich jetzt nur noch als Lügensender bezeichnen. Ja, Sie sägen den Ast ab, auf dem Sie sitzen. Anders kann man es ja nicht mehr sagen. Ja. Frau Barbe, ich freue mich sehr, dass Sie so zuversichtlich sind. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sich das Ganze drehen wird und zwar ziemlich schnell. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für das Teilen Ihrer Erfahrungen aus der DDR-Zeit. Vielen Dank dafür. Ja, vielleicht bin ich jetzt auch das erste Mitglied in der Werte-Union. Wäre ja nicht schlecht. Ja, Mitgliedsausweis 001. Das muss es nicht sein. Hauptsache, ich habe viele, die mir nachfolgen. Dankeschön. Ihnen, liebe Zuschauer, auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, ja, aktivieren Sie die Glocke und engagieren Sie sich, werden Sie politisch aktiv, ob es bei uns ist, der Wert-Union oder ob es bei der Atlas-Initiative ist, wo auch immer. Ich danke Ihnen sehr und sage bis bald.